In unseren Guten Abend Geschichten erfahrt ihr allerlei über die Abenteuer von der Hexe Lilli. Dass wir diese Geschichten für euch lesen dürfen, dafür danken wir dem Erfinder von Lillis Abenteuern und der heißt Knister. Dankeschön Knister, das ist echt großartig. Und die bunten Bilder, die ihr dazu seht, die hat Birgit Rieger gezeichnet. Und auch sie hat gesagt, gerne könnt ihr meine Bilder zeigen und darum auch nach Berlin ein dickes Dankeschön. Wenn ihr mehr von Lilli und ihren turbulenten Abenteuern hören wollt, könnt ihr das auf Knisters Podcast www.kidspods.de Hallihallo, heute gibt es Teil 2 von Hexe Lilli und der verflixte Gespensterzauber. Ein echtes Schlossgespenst. Also setzt Mama sich auf die Bettkante und erzählt, ihr müsst wissen, Gespenster sind eigentlich harmlos. Es sei denn, man nimmt sie nicht ernst. Dann sind die Gespenster in ihrem Gespenster stolz gekränkt. Und dann kann ein harmloses Spiel grausam enden. Grausam enden? Wie meinst du das? Fragt Lilli gespannt. Mama erzählt weiter. Ich war einmal auf Klassenfahrt in Schottland. Da gibt es viele alte Schlösser. Richtige Spukschlösser. Natürlich haben wir Schüler nicht geglaubt, dass es dort spukt. Gespenster gibt es doch nur in Büchern, dachten wir. Tja, das war ein dummer Fehler. An einem Tag machte unser Lehrer mit uns einen Ausflug zu Schloss Canterville. Die wertvolle Porzellansammlung des Schlossham stand auf dem Programm. Wir Schüler waren nicht begeistert. Wir hätten viel lieber das Labyrinth im Schlossgarten besucht. Aber unser Lehrer fand, dass die Porzellansammlung wichtiger war als ein Gartenlabyrinth. So ist es eben. Lehrer glauben immer, ihre Ideen seien gut. Das war damals genauso wie heute. Gleich am Schlosstor wurden wir von einem alten Schottern in Empfang genommen. Es war der Schlossherr höchstpersönlich. Er sagte, ich begrüße euch auf unserem ehrwürdigen Schloss. Laut Schlossordnung dürfen Besucher nichts anfassen. Keinen Müll liegen lassen und vor allem keine Kaugummis auf den Boden werfen. Bitte haltet euch an den Vorschriften. Und noch etwas. Falls unser Schlossgespenst auftut, tut bitte so, als ob ihr euch fürchtet. Das Gespenst ist mehr als 300 Jahre alt und darum ein wenig altmodisch. Dies als Warnung. Nicht, dass es euch in Kröten verwandelt. Schlossgespenst, Schlossgespenst trauten alle. Wer glaubt denn noch an sowas? Mama häustert sich. Lilly, Leon, ihr glaubt es nicht. Kaum hatten wir das Schloss betreten, kam ein Gespenst angeschwebt. Es heulte und stöhnte furchtbar, sodass mir wirklich ein Schauer über den Rücken lief. Aber die meisten lachten nur. Unser Witzboldjochen hänzelte das Gespenst. Diese ollen Bettnacken will ein Gespenst sein? Ha ha! Er lachte so heftig, dass die coole Sonnenbrille auf seiner Nase auf- und abhüpfte. Wütend zeigte das Gespenst seine Gruseltricks. Es rasselte mit Ketten. Es ließ Fenster auf und zuklappen. Es flog von Kronleuchter zu Kronleuchter. Es machte Blutspuren auf den weißen Marmorboden. Es warf mit dem kostbaren Porzellan. Es knotete sich einen Strick um den Hals und baumelte röchelnd am Fensterkreuz. Wir staunten. Das war ja wirklich eine tolle Vorführung. Wie die das mit den Blutspuren wohl gemacht haben? Richtig Angst hatte natürlich keiner. Und Jochen riss sogar dem Gespenst das Laken weg. Oh nein, flüsterte Leon erschrocken. Mama nickt und sagt, das war ein großer Fehler. Lilly fragt, wie sah es ohne Laken aus? Mama antwortete, ohne seinen Laken war das Gespenst vollkommen unsichtbar. Aber es spruchte trotzdem weiter. Noch mehr Porzellan ging zu Bruch. Wir Schüler wurden immer stiller. Viele tränkten Richtung Ausgang. Und zwar mulmig zumute. Sollte es doch Gespenster geben? Nur Jochen machte weiter Witze. Er schwenkte das Laken. Keiner lachte mehr darüber. Doch er verspottete uns. Glaubt ihr etwa an diesen faulen Zauber? Das sind doch alles nur Tricks. Gespenster gibt es nicht. Und dann riss er das Gespensterlaken in tausend Fetzen. Das ging sehr leicht, denn es war morsch und brüchig. Aufhören, sofort, rief unser Lehrer. Auch der alte Schorte warte. Junge, du stürzt dich ins Unglück. Halte ein. Aber Jochen hörte nicht eher auf, bis das Gespensterlaken total zerstört war. Lachend warf er die Fetzen aus dem Fenster. Als wir später in den Bus einsteigen wollten, fehlte Jochen. Wir suchten im ganzen Schloss. Keine Spur von Jochen. Das Einzige, was wir fanden, war eine dicke, fette Kröte mit einer coolen Sonnenbrille auf der Nase. Ein Zauberspruch mit gespenstischen Folgen. So war das, Kinder, sagt Mama und steht auf. Jetzt fahre ich zu Inge, meine Hosen abholen. Hoffentlich hat sie die Hosen etwas weitermachen können. Mama seufzt. Ich müsste dringend eine Diät machen. Wir mögen dich auch, Nick, sagt Leon. Mama lacht. Die Hosen zwicken aber trotzdem. Sie öffnet die Tür und dreht sich noch einmal um. Macht keine Dummheiten. Ich bin bald zurück. Lilly ist in Gedanken noch bei Mamas Geschichte. Hat Mama das wirklich erlebt? Ist dieser Jochen eine Kröte geworden? Quatsch! Es war einfach eine gute Geschichte. Lilly grinst. So weit kommt es noch, dass sie an Gespenster glaubt. Aber die Geschichte hat sie auf eine gute Idee gebracht. Warum nicht einmal ein Gespenst herzaubern? Damit könnte sie Leon ordentlich erschrecken. Zum Glück hat Leon sich bereits verkrümelt. Rasch holt Lilly ihr geheimes Hexenbuch aus dem Versteck unterm Bett. Unter dem Stichwort Gespenster findet sie verschiedene Zaubersprüche. Lilly versteht nur nicht ganz, wozu sie gut sein sollen. Was bedeutet Gespenster verzwickeln? Oder den Gespensterknabbel rüptosieren? Oder Mitternachtsverspokulation? Soll sie es ausprobieren? In ihrem Eifer vergisst Lilly ihre übliche Vorsicht. Ohne nachzudenken, liest sie den ersten Spruch. Aber nichts passiert. Sie liest ihn noch einmal. Diesmal etwas lauter. Nichts passiert. Sie probiert den zweiten. Nichts. Was macht sie falsch? Ratlos lässt sie das Bug sinken. In dem Augenblick hört sie ein Geräusch. In ihrem Schrank heult, faucht und stöhnt es. Lilly springt auf und will die Schranktür öffnen. Aber halt! Das muss sie zuerst Leon hören lassen. Der wird sich ordentlich kuseln. In diesem Moment hört sie ihn aus der Küche rufen. Lilly, hör auf damit. Ich weiß, dass du das bist. Hör auf, du grusel Geist. Wie kannst du dich nur so groß machen wie Lilly? Ja, ja, denkt Lilly. Schrei du nur. Darauf falle ich nicht herein. Wahrscheinlich wieder das gefährliche Bärchengespenst. Keine Zeit, ruft Lilly zurück. Hier ist ein Gespenst in meinem Schrank. Einen Moment ist es ganz ruhig. Lilly hört Stühle poltern. Hilfe, Lilly, schreit Leon. Hier ist ein echtes Gespenst. Es will mich in eine Kröte verwandeln. Kröte? Lilly wird hellhörig. Lilly, Hilfe! Leons Stimme klingt panisch. Lilly ist hin- und hergerissen. Will Leon sie wieder auf den Arm nehmen? Als Lilly in die Küche kommt, traut sie ihren Augen nicht. Ein riesengroßes Gespenst flattert um den Tisch herum. Darunter hat sich Leon versteckt. Das Gespenst heult schaurig. Auweia! Lilly ist sofort klar, was passiert ist. Ihre Zaubersprüche haben doch gewirkt. Lilly rast zu ihrem Hexenbuch. Wird sie es schaffen, den Gespensterzauber regängig zu machen, bevor Leon zur Kröte wird? Ein Gespenst zorgt für Herzklopfen. Lilly weiß. Um einen Zauber zu beenden, muss sie den Zauberspruch rückwärts lesen. Aber welchen Spruch? Sie hat so viele gelesen. Manche laut, manche leise. Sie weiß nicht, welcher Spruch das Gespenst herbeigerufen hat. Sie muss es ausprobieren. Aber zu, du! Jetzt macht auch noch das Schrankgespenst ein großes Getöse. Lilly kann sich nicht konzentrieren. Sie kämpft sich durch die Buchstaben. Gar nicht so einfach das rückwärts lesen. Die Schranktür knarzt bedenklich. Schnell, Lilly! Sie liest hektisch einen Zuckenbrecher nach dem anderen. Da klopft es heftig an der Zimmertür. Huhu! Mach sofort auf! Führt Lilly. Das ist nicht Leons Stimme. Lilly bekommt eine Gänsehaut. Zum Glück hat sie wie immer die Tür mit einem Stuhl verrammelt. Lilly hält sich die Ohren zu und liest weiter. Irgendwann verstummt wenigstens das Heulen und Toben in ihrem Schrank. Aber das Pochen an der Tür wird immer lauter. Längst ist Lilly dabei, alle Sprüche ein zweites Mal zu lesen. Das Hämmern an der Tür hört nicht auf. Schließlich hat Lilly alle Gespenstertricks durch. An der Tür heult und klopft es immer noch. Von Leon ist nichts zu hören. Ist der bereits in eine Bröte verwandelt worden? Lilly muss ihm helfen. Aber wie? Sie atmet tief durch. Dann öffnet sie die Tür. Das Gespenst ist viel größer als Lilly. Es geistert durch den Flur. Es heult schauerlich. Lillys Herz pocht. Wäre sie doch nicht so unvorsichtig gewesen? Leon hat sich hinter die Mäntel an der Garderobe verkrümelt. Das Gespenst bleibt vor Lilly stehen. Mit grabe Stimme flüstert es. Jetzt verwandel ich euch in Grüten. Hu hu. Dabei zaust es Lilly an den Haaren. Lilly erstarrt. Dann stutzt sie. Das Gespenst hat Hände. Hände! Jetzt wandert eine Hand langsam nach oben. Dann reißt das Gespensterlaken zur Seite und... Da steht Mama im Flur. Lilly sperrt vor staunenden Mund auf. Mama war das Gespenst. Mama lacht und sagt, darf ich nicht auch einmal Gespenst spielen? Das habe ich schon immer gerne gemacht. Lilly erholt sich langsam von ihrem Schreck. Sie sagt grinsend, du solltest immer Bettmarken tragen, Mama. Dann brauchst du deine Hosen nicht ändern lassen. Du freche Kröte, ruft Mama. Und dann gibt sie der Kröte einen ganz dicken Kuss. Einen schönen Abend noch für euch. Macht's gut!